Befreiung Befreiung Erhält unser Verständnis jedoch die Information, dass die wahre Natur des Geistes klar und erkennend ist, können wir uns vorstellen, dass sich diese leiterzeugenden Faktoren vollständig eliminieren lassen. Befreiung Verwirklichung oder Nichtverwirklichung der Befreiung hängt also davon ab, ob es uns gelingt, die getrübten Emotionen zu bereinigen. Dazu benötigen wir Weisheit. Die Entwicklung von Weisheit wiederum setzt voraus, dass wir das Ziel vor Augen haben, endgültig aus dem Daseinskreislauf hinaus zu gelangen. Wichtig ist also zunächst einmal, dass wir die Absicht entwickeln, den Daseinskreislauf hinter uns zu lassen. Um den Gedanken, sich aus dem Daseinskreislauf zu befreien, verinnerlichen zu können, muss man die Vorzüge der Befreiung und die Schattenseiten des Daseinskreislaufs erkennen, aus dem man sich befreien will. Worin aber besteht der Daseinskreislauf? Dharma Kirtis These zufolge ist der Daseinskreislauf die Last der geistigen und physischen Anhäufungen, der psychophysischen Komponenten, die aus unseren getrübten Emotionen und unserem negativen Karma resultieren. Sobald diese aus den Geistestrübungen hervorgegangenen psychophysischen Komponenten vorhanden sind, bilden sie die Grundlage für unser gegenwärtiges Leid. Da sie dem Einfluss der getrübten Emotionen und negativen karmischen Kräften aus der Vergangenheit unterliegen, haben sie keine Macht über sich selbst. Keine Macht über sich selbst haben bedeutet, obwohl wir glücklich sein und nicht leiden wollen, werden wir von vielerlei Leid bedrängt. Denn wir haben einen Geist und einen Körper, der unter dem Einfluss von getrübten Emotionen und negativen karmischen Kräften aus der Vergangenheit steht. Das ist der Grund. Und diese aus Geistestrübungen hervorgegangenen psychophysischen Komponenten bringen uns auch in Zukunft Leid. Die eine Sache ist es, die Lehre des Buddha mit Worten zu erklären, eine andere, sehr beschwerliche Angelegenheit hingegen, sie in die Tat umzusetzen. Wenn Sie die Lehre jedoch nicht in die Tat umsetzen, kann aufgrund einer bloßen Erklärung unmöglich ein gutes Resultat zustande kommen. Bleibt die mündliche Erklärung die einzige Ursache, wird entsprechend eine mündliche Erklärung auch die einzige Wirkung sein, und davon hätte man nicht viel, meinen Sie nicht auch? Dann heißt es, es verhält sich wie bei einem Arzneimittel, bei dem bloßes Anfassen auch nicht ausreicht. Man muss die Arznei tatsächlich anwenden. Was aber ist die Alternative zum Tunnelblick auf menschliche Begrenztheit und pathologische Formen der Verwirrung? Der Glaube, dass die Befreiung unter allen Umständen möglich ist. In Zeiten schlimmster Konflikte, wenn wir tief feststecken in den Zuständen der Angst und Verzweiflung, dann kann unser Schmerz grenzenlos erscheinen. Wir fühlen uns, als gäbe es keinen Ausweg, keine Hoffnung. Und doch sehnt sich die verborgene Stimme der Weisheit in uns nach Befreiung. Wenn es nicht möglich wäre, das Herz von der Befleckung durch leidvolle Zustände freizumachen, sagt der Buddha, würde ich euch nicht lehren, eben das zu tun. Doch weil es möglich ist, das Herz von der Befleckung durch leidvolle Zustände freizumachen, erteile ich diese Lehren. Diese innere Freiheit des Geistes zu erlangen, ist Ziel und Zweck der Aberhunderte von buddhistischen Lehren und Übungsmethoden. Jede dieser Methoden hilft uns, negative Muster, die zu leiden führen, zu erkennen und loszulassen und sie durch positive Gewohnheiten zu ersetzen. Die Psychologie des Buddhismus basiert auf praktischen Übungen und dem Verständnis der Basis, auf welcher diese beruhen. Statt einmal pro Woche in die Therapiesitzung zu gehen und dort dem aufmerksamen Uhr des Therapeuten alle Probleme zu schildern, wird hier ein Übungsweg vorgestellt, auf dem man täglich und beharrlich neue, heilsamere Formen des Seins lernt und einübt. Diese Methoden führen uns zu der uns innerwohnenden Weisheit des Mitgefühls zurück. Sie eröffnen uns den Weg in die Freiheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017